Musik 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 Hallo, was geht ab? Hallo So, wir sind jetzt hier und wir haben ganz kurz Tara abgefangen Hier ist unsere Tara und Ja, wir waren jetzt auch schon in der Halle Es ist ziemlich anstrengend, es sind ganz viele Menschen und uns war halt jetzt wichtig, dass wir Tara sehen Hi Genau, jetzt schauen wir mal, was wir noch so machen und dann würde ich sagen später Ach, übrigens noch was, ich habe Christina Tiger gesehen Wunderschön, ne? Coco, wunderschön Und Anna von Love the Cosmetics Die war die erste, die ich geschaut habe Ja, ich kenne die auch Die ist so lieb Und sie hat mich erkannt Also, nicht wegen Youtube, sondern wegen meinen Kommentaren Das ist ganz wichtig, dass die Leute kommentieren, ne? Ja, das ist wirklich wichtig Ja, das ist wirklich wichtig So, da kennt man die erst wieder Ja, 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 ja Schaut mal wie schön die Gürste ist Wunderschön Mashallah, das müsst ihr dann immer sagen Mashallah Hat die Gürste mir gelernt Sag ich es richtig? Sehr gut Sehr gut, ey Ich bin halt ein bisschen Also, bis später Da sind wir wieder Wir laufen jetzt noch ein bisschen mit der Tara rum Oh, das ist ziemlich lustig Bei Tara natürlich Da ist er Da ist er Die ganze Zeit drauf angesprochen Und ganz viele Bilder machen, was echt schön ist Ich glaube, ihr seht ihr überhaupt Da ist er Ja Sehr, sehr spannend Und laut Aber schön Ja Was soll ich denn jetzt machen? Schaut mal Geht alles weiter, ne? Make-up auf YouTube Hallo Emma-Louise Hallo, bitte schön Hallo Vloggen Wir reden heute über das Vloggen Was bedeutet euch das Vloggen? Inwiefern unterscheidet es sich von dem, was ihr sonst Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Die Baby ist... Ich hab gerade der Lamia gratuliert zum Baby. Voll schön. Ja, natürlich. Ich liebe dich. Die frische geborene Mamas, die schütteln sich so aus. Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump. Brinca, ahí baila, brinca, let me see you jump. Brinca, let me see you jump. Mein Tag. Hola. Hola. Ich freue mich. Wir fahren jetzt. Wer fährt? Wer fährt? Sag's. Yo. Mein Lieber. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich bere mich. Ich meiner theatre. Und die Sandelion. Bis zum nächsten Mal.